I'm still in the Hall of Fame And the world's gonna know your name Alter, komm schon, hier ist aber hoch hier So ein kranker Scheiß Jetzt neu auf der Schweizer Karte Karte gemacht, schlusser Soldaten Verpisst euch doch einer Ist er tot? Jetzt ja Oh, jetzt habe ich so viel Deckung, jetzt gehe ich drauf Ja, da konnte ich nichts für, ich wusste nicht, dass wir jetzt noch mehr kommen Alter, ich glaube, aber Ich darf alles nochmal Achso, ich dachte gerade, das ist hier nur die Stelle Jetzt halte ich mich nicht auf, ihr Schweinekerle, Alter Ich habe mir jetzt alles echt gewünscht, dass Ray S oder so Und Jonah vielleicht doch noch gekommen wäre Ich freue mich noch Oh 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 Schau mal, jetzt mal die Pistole, die kleinwaffe. ich habe es noch mal volles mit erwischt so kann es natürlich auch machen ich hoffe man nicht dass es noch irgendwelche weiteren zwei stück gleich hat er sich gerade gepaart oder wahnsinn das jetzt hoffen wir mal ich kann schon viel aushalten ich kann schon viel aushalten komm schon ich gehe jetzt wieder aus jetzt kann ich gar nichts machen ich sollte jetzt rüberspringen alles klar alter kommt schon weiter das wird echt nochmal ganz schön haare hier alter komm schon ich gehe jetzt die ganzen fort nicht ein kollegable oder da auch schon Keule alles klar voll ist mit erwischt das ist doch ein schlechter Scherz Alter ich bin grad so ruhig das müsst ihr verstehen weil sobald ihr uns einfach diese Keule hier erwischt was ist so ziemlich mit uns das ist diese ganze Alter wie viel kommen hier noch wow ja bro chill man man alles geht dem Bach runter ja komm schon nein ich Idiot das muss hier wieder so fünfmal anhitten hier Alter das ist jetzt echt noch ein Kampf hätte ich Leben lang nicht mitgerechnet ja komm schon ja jetzt haben wir glaube einen leichten wow Munitionsmangel komm schon komm schon ich freu mich doch schon dir wie sonst was ich sehe hier gar nicht mal mehr was ich weiß nicht ob ich irgendwas sehen könnte komm schon der muss sitzen wir haben als F einfach auf den Korb rein komm schon Alter halt die gescheite Hauptmenü alles klar wir haben es geschafft also noch nicht ganz geschafft aber wir haben auf jeden Fall hier fettig bum bum hier kaputt gemacht und jetzt kommen wir endlich zu Matthias und Sam hoffentlich die scheiß Rituale hier stoppen ich hoffe mal dass es Sam gut geht nicht dass sie jetzt schon irgendwie zack muss ich drücken komm mehrmals eh mehrmals eh mehrmals eh mehrmals eh mehrmals eh mehrmals eh okay in your face digger also ich hab auf E und F hab ich meine beiden Finger ich hoffe mal es geht gut ja komm ey alter stimmt was heißt guten Flug sie fliegen geradeaus in Richtung Hölle ohne Sicherheitsgurte ohne all inclusive jetzt klatscht die alte Olle da weg aus und auf ich habe das los 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 Sam? Dann werden wir dich nach Hause. Da ist Lara! Sie hat Sam! Hier wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht wie weg von hier. Ich war so blind. So naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nachdem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Ich muss verstehen. Brauchen Sie was? Hm. Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben. Aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja. Wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Ich gehe nicht nach Hause. So Freunde. Wir haben es geschafft. Wir haben Tomb Raider durchgespielt. Also ich muss sagen, es ist wirklich ein wirklich, wirklich, wirklich richtig geniales... Boah Alter. Ich bin sprachlos gerade. Es ist wirklich ein richtig geiles Game. Ich muss ehrlich sagen, für das Spiel hätte ich wirklich sogar 70 Euro ausgegeben. Also das ist wirklich ein Spiel, wo ich sage, es hat seit langem wieder eine gute lange Story. Also es ist richtig, richtig krass. Und ja, hier im Hintergrund sehen wir gerade einmal das Team, was da alles dran gesessen hat. Aber es war auf jeden Fall echt ein richtig, richtig geiles Spiel. Und ich kann es wirklich nur weiterempfehlen. Vor allem, dass das Ende so krass wird, hätte ich nie im Leben gedacht bei diesem Spiel, vor allem beim Tomb Raider. Also es ist wirklich richtig gut gelungen, das Spiel. Und ja, ihr könnt es ja in den Kommentaren schreiben, wie ihr das Spiel gefunden habt. Und ja, schreibt auch in den Kommentaren, ob ich vielleicht das nächste Far Cry 3 explain soll oder lieber mal wieder ein paar Commentaries kommen sollen. Schreibt es einfach alles unten in die Comments oder schreibt persönliche Nachrichten, wie auch immer. Ich bin auf jeden Fall jetzt erstmal raus. Den Abspann lasse ich nicht mehr durchlaufen, denn Annahmen ist ja nichts besonderes. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei den anderen Projekten oder so, hier auf dem Channel noch. Ich würde sagen, bis dann. Haut rein, euer Kings. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.